Mehr Geld muss weg! Mehr Geld muss weg! Hauchdünn war hier der Vorsprung, doch es ist nicht wegzuleugnen. Die AfD ist in Sachsen sogar stärkste Kraft geworden. Und hier in der Landeshauptstadt Dresden feiern nun die Sympathisanten, auch die Pegida-Bewegung, den Erfolg. Beurteilen können wir sie erst, wenn sie ihre Arbeit gemacht haben. Entweder gut oder schlecht. Dann können wir sagen, sie waren gut oder schlecht. Jetzt geben wir ihnen einfach mal eine Chance. Es war eine Protestwahl, sagen Soziologen. In der Partei selbst hielt die Feierlaune nur kurz. Mit gut 12% zieht die AfD erstmals in den Bundestag ein. Und schon steht sie womöglich vor einer neuen Spaltung. Die Personalquerelen fanden gestern mit Frauke Petrys Paukenschlag ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Chefin wolle konservative Realpolitik machen. Und offenbar sieht sie das bei ihrer Partei nicht. Und verkündet, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken und werde jetzt diesen Raum verlassen. Gesagt, getan. Dass Petry so Parteichiffen bleibt, unwahrscheinlich. Wie andere Pläne der nun Einzelabgeordneten aussehen, unklar. Ob weitere der 94 neuen Bundestagsabgeordneten folgen, gut möglich. Die AfD, v.a. in Petrys Heimatverband Sachsen, gibt sich bruskiert. Aber es wird auch eine gewisse Erleichterung deutlich. Das Problem ist eigentlich bei ihr ihre Persönlichkeit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So tritt sie eben auf. Sie ist für meine Begriffe charakterlich ungeeignet, eine Führungsposition zu übernehmen. Im Bundestag werde die AfD Realpolitik machen und politisch inkorrekt bleiben, kündigt der neue Abgeordnete Mayer an. Er gilt als radikal, bezeichnet Muslime schon mal als Gesindel. Der rechte Flügel, so wird nun erwartet, wird ohne Petry in der Fraktion an Kraft gewinnen. Wohin die AfD wirklich steuert, ob ihre Personaldebatten die Partei aufreiben, das muss sich zeigen. Im Fokus auch, wie die großen Volksparteien darauf reagieren. Die Bundeskanzlerin gibt sich entschlossen. Ich habe darüber berichtet, dass nach den derzeitigen Analysen eine Million Wählerinnen und Wähler der Union vom letzten Mal zur AfD gegangen sind. Und dass wir uns bemühen werden, gerade diese Wählerinnen und Wähler durch gute Politik, durch Lösungen von Problemen, wieder zurückzugewinnen. Auf den Straßen formiert sich schon der Protest gegen die AfD. Direkt gegenüber der Dresdner Pegida-Demo versammelten sich die Menschen, die enttäuscht und entsetzt sind von diesem Wahlausgang. Geht schief, schief, schief.